Ja, wenn ich am Abend nach Hause komme, dann möchte ich nicht noch irgendwelchen Öko-Linken-Weltverbesserungsstudenten erklären müssen, was ein bezahlter Stellplatz ist. Macht mich irre! Ja, eigentlich müsste ich jetzt wieder das Ordnungsamt rufen, mache ich aber nicht, die kommen ja eh nicht. Oh, der Herr Scrooge hat schon wieder angerufen. Ich fahre da aber nicht hin, der ist immer so unfreundlich. Hä?